hallo zusammen gamelan präsentiert die große sims 4 release party in gut einer woche kommt sims 4 raus am 4.9 und bis dahin könnt ihr noch was gewinnen und zwar ganz einfach für sims 3 könnt ihr was gewinnen und sims 4 postet dazu einfach eure schönsten schnappschüsse aus sims 3 dafür einfach hier auf jetzt teilnehmen gehen dann einfach ein cooles bild machen sims 3 hier einen kommentar verfassen bild hier anhängen und dann kann man auch schon gewinnen das gibt es zu gewinnen und zusätzlich wird sogar noch unter allen gefällt mir klickern und tweetern bzw teilern wird jeweils noch mal zehn mal ein 10 euro gamelan gut verlos also einfach auf gefällt mir klicken und dann macht er schon bei zwei sachen mit und was richtig geil ist finde ich eigentlich sims 4 da könnt ihr euren eigenen charakter basteln und da könnt ihr auch was gewinnen im grunde müsst ihr euch nur die demo hier runterladen da jetzt herunterladen dann könnt ihr schon mal euren charakter erstellen und das foto könnt ihr dann auch posten einfach unter denen wo ist es genau einfach hier drunter posten und dort könnt ihr natürlich auch noch auf gefällt mir klicken zu gewinnen gibt es hier einen sims 4 premium key eine limit edition key und ein standard key lohnt sich auf jeden fall und auch hier wieder zehn euro gamelan gutschein wenn man quasi auf teilen geht und auf gefällt mir also habt im grunde vier gewinn chancen sofern ihr sims 3 habt und euch die demo hier sims 4 runterladet gut ich würde sagen viel glück und viel spaß beim basteln eurer sims haut rein